Inkontinenz, ein Problem für immer mehr Menschen. Inkontinenz ist der Verlust der Fähigkeit, Harn- und Stuhlgang bewusst zurückzuhalten und so den Zeitpunkt der Entleerung selbst bestimmen zu können. Inkontinenz ist oft Harninkontinenz, das heißt, es tropft Urin heraus in kleineren oder auch größeren Mengen. Es gibt verschiedene Ursachen für Harninkontinenz wie auch für Stuhlinkontinenz. Es kann zum Beispiel ein Prostata-Leiden vorliegen, eine Blasenentzündung oder auch Blasensteine. Und manchmal ist auch eine Operation Ursache für eine Inkontinenz. Bei jeder Operation an den Geschlechtsorganen und an den Ausscheidungsorganen kann es immerhin eine Gefahr geben von Inkontinenz danach. Ältere Menschen können auch Interkontinenz bekommen, ohne dass eine Operation vorliegt. Manche Medikamente führen auch zur Inkontinenz und es kann auch passieren, dass einfach die Kontrolle über die Muskeln schrittweise verloren werden, auch infolge einer anderen Erkrankung. Inkontinenz kann vorbeugt werden und auch bis zu einem gewissen Grade behandelt werden durch systematisches Beckenbodentraining. Sowohl Männer wie auch Frauen können lernen, ihre Beckenbodenmuskeln bewusst anzuspannen und zu lösen. Im Yoga gibt es zum Beispiel Mula-Banda und Ashwini-Mudra und Vajroli-Mudra, Amaroli-Mudra und Sahajoli-Mudra. Und das sind alles verschiedene Methoden des Beckenbodenmuskeltrainings. Und wenn man den Beckenboden gut trainiert, wird man auch lernen, auch die Schließmuskeln der Harnröhre und des Afters zu schließen und wieder zu öffnen. Und das kann wieder helfen, Inkontinenz zu überwinden. Darüber hinaus gibt es auch operative Möglichkeiten, eine Inkontinenz zu beheben. Und falls nichts etwas wirkt, dann gibt es glücklicherweise heute durchaus unsichtbare Windeln, die ein angenehmes Gefühl vermitteln. Es braucht aber keine sehr große Windel, denn auch bei Inkontinenz kommt typischerweise keine große Mengen heraus, sondern man muss zusammen mit Arzt oder auch mit dem medizinischen Fachpersonal dann die richtige Windel aussuchen, die auch von außen gut aussieht. Ja, soweit zu einem Thema, über das selten gesprochen wird, aber gar nicht mal wenige Menschen leiden unter Inkontinenz. Und manches kann man machen, um Inkontinenz zu beheben. Und manches kann man machen, um besser damit leben zu können. Und an das Handeln zu kommen. Vielen Dank.